Ich lerne Deutsch. Nummer 8599 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Mein Herz gehört nur ihm. Er ist das Beste, was mir je passiert ist. Mein Herz gehört nur ihm. Er ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich kann mich von negativen Gedanken über die Zukunft befreien. Ich kann mich von negativen Gedanken über die Zukunft befreien. Ich jogge jeden Tag. Ich jogge jeden Tag. Wenn ich auf Dienstreise bin, jogge ich auch in der Stadt, sonst lieber im Wald. Darüber sollten wir noch sprechen. Ich schlage eine grafische Änderung vor. Ich schlage eine grafische Änderung vor. Darüber sollten wir noch sprechen. Ich schlage eine grafische Änderung vor. Respekt ist eine Grundvoraussetzung für ein friedliches und harmonisches Zusammenleben in einer Gesellschaft. Respekt ist eine Grundvoraussetzung für ein friedliches und harmonisches Zusammenleben in einer Gesellschaft. Wir leben schon lange in diesem Haus. Es enthält viele Erinnerungen. Wir leben schon lange in diesem Haus. Es enthält viele Erinnerungen. Er hat mich genial ausgetrickst. Ich habe es zu spät gemerkt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich mache es zu spät. Ich mache es zu spät. Vielen Dank.